Map Nummer 16 ist an der Reihe. Kamelvergeltung von Charlie oder Carly? Ich glaube es ist Charlie. Okay, irgendeinen besonderen Text habe ich nicht dazu bekommen. Ah, Beschreibung steht drin. Wunderbar. Ihr habt die hier anliegende Festung mit einem kräftigen Hühnerfutterangriff eingenommen. Der Duft des Sieges lag in der Luft. Einige Monate später werdet ihr vom Kalifen dazu aufgefordert, die einst eroberte Festung wieder zu räumen. Da sie sonst gezwungen wären, mit Kamelfutterangriffen euch entgegenzusetzen. Mit Kamelfutterangriffen euch entgegenzusetzen. Na, steht halt so da. Aufgabe. Verteidigt die Festung von den arabischen Fürsten. Tipps. Der Feind wird schnell hintereinander angreifen. Das heißt noch schnelleres aufbauen. Schützt alle Seiten der Burg. Der Aufbau von alten Verteidigungsanlagen hat schon begonnen. Man könnte dies zu seinem Vorteil nutzen. Okay, alles klar. Noch ein paar Worte zur vorigen Karte. Zu Arvons Wacht. Es ist sehr gut möglich, das kam jetzt so im Nachhinein, dass die Map tatsächlich für den Bug erstellt wurde. Also dass es doppelt so viele Truppen sind, weil man tatsächlich vom Leichtbug ausgegangen ist. Aber ganz ehrlich, Cyberzone Soldier hat mir das nicht geschrieben. Ich habe mir alle notiert, die mir geschrieben haben, ihre Karte wurde extra wegen dem Bug designt. Und da habe ich mir extra notiert, dass das halb so schwer sein sollte. Von der Stärke. Dass man entweder den Bug nutzt oder die Truppen halbiert. Dass das ja tatsächlich auf dem Bug angeglichen wurde. Aber von ihm habe ich nichts gelesen, deswegen gehe ich so aus, dass das so gewollt ist. Okay, aber spielen wir jetzt Kamelvergeltung. Okay. Pause. Pause hier. Anschauen. Okay, okay. Da oben rechts ist der Weg. Also da ist ein kaputtes Türmchen. Alles klar. Wir müssen ja einfach nur überleben. Einfach nur. So schön leicht gesagt, nicht wahr? Wir haben ja gleich Stein und Eisen in der Nähe. Ansonsten Formland ist ziemlich weit weg. Hier kommen wir runter. Ist das gut? Ich würde sagen, nein. Okay. Genug ungeschaut. Fangen wir einfach mal an. So. Über ein paar Holzfäller hin. Wichtig für den Anfang. Gehen wir sogar ein paar Schilder zu machen. Beginnen. Wir haben böse Dinge. Ne, wir haben gute Dinge. Hier muss ich auf jeden Fall so schnell es geht zuziehen. Ist wohl wichtig. Wir können alles machen. Oh, wir haben gut was an Stadtgütern. Achtung! Bin zur Stelle! Es werden Waffen, es werden Rekruten benötigt. Ja, Zeige. So. Ähm. Geht mal lieber hier runter. Ich glaube, da oben sind wir nicht sehr glücklich. Es sei denn natürlich, wir gehen den Weg, dass wir hier noch ein Tor sind. Alles klar. Was können wir denn überhaupt bauen? Können wir Türme machen? Auch nur kleine. Dieser Turm hier hat einen Riesennachteil. Hm. Es sei denn, ich gehe einen anderen Weg. Und zwar... Anderer Weg, anderer Weg. So. Das ist eine Möglichkeit, ja? Zack. Zack. Auch. Ein Plan. So ist der Turm nicht mehr zugänglich für Gegner. Bogenschützen bereit. Und wir können ihn hier besetzen. Nächster Punkt auf der Liste hier zumachen. Und das ist ultra wichtig, weil die Gegner hier hochkommen. Ne, 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 ne. So. Kundschafter berichten, dass eine große arabische Streitmacht auf uns zumarschiert. Ja, wunderbar. Die sollen noch ein kleines bisschen warten. Ein alter Utwin ist kein D-Zug. Ähm. Ja, Nahrung ist auch so ein Problem. Zum Teufel wollen wir das Handhaben. Na gut, hier unten ist ja gleich Farmland. Machen wir es so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Sag mal. Was ist denn da? Die arabischen Streitkräfte greifen an. Moment, Moment, Moment. Oh fuck, komm, die von... Ach du Scheiße, die kommen von hier. Oh ne, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was gibt's? Wie soll das gehen? Das ist überhaupt nicht gut. Mein Bogen ist euer. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lass die Hunde... Die Hunde waren automatisch losgelassen. Alles klar. Boah. Warum kann ich da nicht lang? Oh ne, an der Stelle funktioniert das nicht. Ja, super. Eine gewaltige arabische Armee wird uns bald auf den Fersen sein. Hm. Du machst mir Bögen. Dann bräuchte ich noch jemanden, der mir bitte armbrust. Der macht ein paar. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Und zwar ein bisschen mehr, von allem. Und dann müsste ich nochmal gucken, ist es irgendwie, sind diese Oasen... Das ist voll die Troll-Oase. Die Troll-Oase. Ja... Komm, komm, so. Nee, da kriegt man echt nichts hin. Das ist richtig schlimm. Ach du Scheiße. Boah. Obwohl, was macht die Schleuderschützen weg. Genau, geht mal hoch. Geht mal hoch. Macht die ist so kaputt. Auch gut. So. Auch eine Möglichkeit. Auf ins Getrümmel. Hühnerfutter. Eine trägliche Aufergust. Wir haben keine Chance. Man, die sind so ein Hühnerfutter. Ja, wie sind sie so? Wir warten mal mit dem gewaltigen Hühnerfutterangriff. Ich merke es. Die Konspeckers sind hier und die sind leer. Das war aber abzusehen. Das war ganz locker abzusehen. Wir haben nicht die nötigen... Ah, wir haben ein bisschen Stadtgetreide. Wir haben ein bisschen Stadtgetreide. Es sind nicht unsere Kühe. Ja, super. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Wir haben nicht genug... Wir können jetzt mal was kaufen. Die Leute sind noch mal ein bisschen schneller zurückgekommen. Ist das eigentlich der Einzige? Oben rechts war aber auch einer. Ja, oben rechts ist auch ein Weg quasi. Komm, geht mal alle hierher. Im Falle würde ich sagen... Die Treibkräfte greifen an. Ah, die ist mal links oben. Okay. Waffen gesch... Bereits eure Ortschaft. Bin zur Stelle. Ja. Interessant. Was? Mein Bogen ist euer. Wo zum Teufel? Ach da. Das ist eine Holzfällehütte. Okay. Mein Herr? Nein, das Schild ist doch... Oh Gott, der kann ja nicht mal rüber. Auf den Bergfried. Sehr schön. Haben wir wenigstens das wieder erreicht. Komischerweise kommen aus diesen Hundezwingen immer einfach mal so Hunde raus. Ah ne, jetzt. Jetzt ist er weg. Und zumachen. Soll niemand rein. Jetzt könnt ihr auch mal mit hoch. Ein weiter Weg. Ah, sehr schön. 1, 2, 3, 4, Vogelfrei. 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 Eure Befehle? Da greift sie zwar nicht auf 4, aber egal. Man kann doch sagen, 1, 2, Vogelfrei. Hm. Ich bin mit der Gesamtsituation über... Oh Gott, wir sind ja schon fast fertig. Ähm. Ja, die Mission geht schnell. Diese Mission geht schnell. Ich hab's bemerkt. Ähm. Gefahr, mein Herr. Eine gewaltige arabische Armee wird uns bald auf den Fersen sein. Bogenschützen, mein Bogen ist euer. Ich bemerke das Problem. Äh. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. 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 Verdammt. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Tsunami, ich weiß, als kann ich nur beten. Notfallplan. Notfallplan. Hier zumauern. Die arabischen Streitkräfte greifen an. So, das will er hoffentlich auch keiner hier hinten lang. Okay, wir können mit allem nach oben. Wichtig. Ein weiter Weg. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ich glaube, wir brauchen jetzt einfach mal alles, was wir kriegen können hier auf den Bergfried. Obwohl. Geht noch. Ich glaube, das sind jetzt die letzten Angriffe, oder? Nee, noch nicht mal. Ach du Scheiße. Müsst ihr da unbedingt außen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Nee. Geht da. Nein. Oh nein, ich hab ja zugemauert. Ich depp. Hmhm. Warum lauf ich denn nicht mehr? Ach, wegen jetzt klar. Oh ne, wo kommt? So, wo kommt hierher? Ach so? Oh ne. Die Bäume stehen in Flammen, Sire. Was nen Scheiß? Den ganzen Weg? Äh, super. Wie mach ich das jetzt? Na, komm dich. Ja, Herr, seid gegrüßt. Und los! Ah, Gefahr, mein Herr. Eine gewaltige arabische Armee wird uns bald auf den Fersen sein. Hm. Wohin können wir auch nicht weg? So, dann kommt einfach mal alle auf den Bergfried. So, das ist jetzt mein Notfallplan. Alles auf den Bergfried. Das ist jetzt der letzte Angriff. Und die kommen jetzt alle hier durch. Das Problem ist, dass die sich jetzt gegen... Also, dass die sich jetzt selbst behindern durch das Feuer. Und ich muss noch eine schöne feurige Überraschung vorbereiten. Das ist wichtig. Oh Gott, da kommen sie schon. Uh, steig. Komm, kämpfer sind mit dabei. So, alle hier rein. Oh, oh, oh. Günter! Mach mal weg. Und jetzt kommen sie alle hier lang. Dann müsst ihr aber auch mit den Konsequenzen leben, Freunde. Oh Gott. Das ist schon der nächste Angriff, oder? Die Britenbogen schützen kommen aber nicht hoch. Oh Gott, das ist schon der nächste Angriff. Alles vorbereiten für die gemeinsame Verteidigung. Und raus. Oh fucken, das sind nicht wenig. Aber es ging doch. Es war gut, das konnte man noch essen. Wisst ihr was? Darauf können wir jetzt mal alle pfeifen. Hier drauf auch. So kommt es heute hoch. Mehr Armbrust schützen brauchen wir, um die ganzen Nahkämpfe abzuwehren, die hier kommen wollen. Und weiter. Ach komm, wir haben eh nicht so viele Leute. Die Bäcker brauchen wir jetzt eh nicht mehr. So. Ist jetzt eh der letzte Angriff. Dann auch das Schluss. Ich glaube, ich nutze das Geld, was ich jetzt hier nochmal bekomme, lieber aus, um mir noch ein paar Schwertkämpfer zu holen. Wir sind jetzt gerade für diesen Verteidigungsfall. Oh fuck, wir können keine Rüstung. Ja super. Aber Geld ausgegeben. Mach mal. Noch ein paar Armbrust schützen und noch ein paar Lanzenträger. Es werden Waffen gemüt auf uns zählen. Es werden Waffen gemüt auf uns zählen. Und los! Aber das ist jetzt zwar doch schon mal ein Zeichen, dass der Bug bis jetzt noch nicht zugeschlagen hat. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Yay. Waren das jetzt schon alle? Weiß man ja mehrere Angriffe jetzt. Kommt mal raus und jagt den Rest. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Okay. Ja. Wunderbar. Yay. Alles klar. Wir haben gesiegt. Das war die Kamelvergeltung von Charlie. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Okay. Als nächstes haben wir im Prinzip, das möchte ich jetzt noch hier in die Folge einfügen, die Pforten der Erde. Ich kann sie schon mal auswählen. Ah, stimmt genau. Deswegen habe ich sie nicht drin. Die Pforten der Erde ist so eine Sache, ist eine dieser Karten, wo mir jetzt extra geschrieben wurde, dass ich die mit dem Bug spielen soll, weil die extra auf den Bug angepasst ist. Deswegen habe ich es nicht hier drin, sondern bei meiner normalen Version. Das heißt, ich wechsle mal eben das Spiel und dann machen wir mit die Pforten der Erde weiter. Und dann kommt es wieder. Das heißt, ich weiß es nicht.